Der Parabelritter hat eine Nestle-Abrechnung gemacht. Die geht nur 18 Minuten. Und da brauche ich maximal eine Stunde für. Da brauche ich maximal eine Stunde für. Nestle, die sind seit Jahrzehnten dafür bekannt, die Umwelt zu zerstören, Kinder- und Sklavenarbeit zu billigen, ganzen Völkern die Lebensgrundlage mit dem Wasser zu entziehen und es ihnen teuer wieder zu verkaufen. Sie sind verantwortlich für Skandale überall auf diesem Planeten und haben eine unbekannte Zahl... Nestle-Kindermehl ... an Kindern auf dem Gewissen, während sie Milliardengewinne generieren und zum wertvollsten Nahrungsmittelunternehmen der Welt wurden. Aber es ist alles noch schlimmer. Denn jetzt haben sie eine Kampagne gestartet, mit der sie sich selbst als Retter von Mensch und Umwelt darstellen wollen. Ich bin ehrlich, ich wollte eigentlich kein Video über Nestle machen, weil... Du weißt, dass es ein Hit wird, wenn der jeweilige YouTuber vor dem Video sagt, eigentlich wollte ich kein Video darüber machen. Aber... ... dass ich davon ausgegangen bin, jeder von euch weiß eigentlich schon Bescheid. Aber das kann ich so nicht stehen lassen. Es ist Zeit für eine Abrechner. Da kommt direkt der Drop in mein Hirn. Ich werde Nestle übrigens die ganze Zeit Nestle nennen. Aus Disrespect. Offensichtlich hat das Internet eine ziemlich schlechte Meinung von Nestle. Das ist voll unfair, oder? Ansonsten in der Gesellschaft ist Nestle gar kein Thema. Das Geschäftsmodell läuft überall blenden. Nestle stellt sich jetzt der Öffentlichkeit. Also zumindest dem Internet. Man will ja keine schlafenden Hunde weg, nicht wahr? Und ich sage euch, was sie da produziert haben, das schlägt dem Fass den Boden aus. Doch bevor wir da rein starten, lasst uns ein kurzes Check-up machen, was sich Nestle so geleistet hat und was da alles passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Nestle ist derzeit Platz 42 aller Unternehmen der Welt und hat 2021 einen Reingewinn von 16,9 Milliarden Schweizer Franken erwirtschaftet. Not bad. Und ein Viertel des Umsatzes wird nach wie vor mit den Getränken in flüssiger und Pulverform erwirtschaftet. Und um euch einen Eindruck zu vermitteln, wie krass die Größe des Konzerns ist, hier mal ein kleiner Überblick. Tja, so einen riesengroßen Konzern, den baut man doch bestimmt ohne schwerste Verbrechen auf, oder? Nestle vermeiden, also die Grafik kennt man vielleicht. Nestle vermeiden ist eine Aufgabe. Das ist krass. Nestle vermeiden ist nicht... Obwohl, sagen wir mal, Nestle vermeiden geht, aber Unilever und Nestle vermeiden. Okay, dann wird es schon schwierig. Da muss der halber Selbstversorger werden. So einen riesengroßen Konzern, den baut man doch bestimmt ohne schwerste Verbrechen auf, oder? Hm? Absolut! Abgesehen davon, dass man das Leben von hunderttausenden Kindern wissentlich aufs Spiel gesetzt hat und unkalkulierbar viele gestorben sind. Und ja, auch mal abgesehen von all den anderen Dingen, von denen ich euch jetzt noch erzähle. In den 70ern kam ein extremer Baby-Nahrungsskandal ans Licht der Öffentlichkeit. Was war passiert? Das Milchpulver, ja. Wer kennt es? Nestle brachte den Müttern bei, dass ihr Milchpulver ab dem sechsten Monat für ihr Kind besser sei als Muttermilch. Sie bestachen sogar Fachärzte, damit die im Namen von Nestle sprachen. Und wem vertrauen Mütter? Ärzten. Es ist auf jeden Fall moralisch mindestens so falsch, wie gezielt arme Frauen damit zu targeten. Nestle startete da eine regelrecht bösartige Werbekampagne. Man schickte Verkäuferinnen getarnt als Krankenschwestern, um Gratisproben zu verteilen nach Afrika und Asien. Oh, das war krank. Alter, das war richtig krank. Diese Proben waren strategisch so gepackt, dass die Frauen am Ende der Probe davon abhängig waren, weil sie keine Milch mehr produzierten. Das war unethisch. Viele der Mütter hatten keinen Zugang zu sauberem Wasser oder wussten nicht, dass man Wasser abkochen musste. Oder hatten keine Möglichkeit dazu. Und Nestle wusste das. Und damit so ein Glas mit Milchpulver länger hielt, neigten arme Mütter dazu, ihren Kindern zu wenig davon zu geben. UNICEF schätzt, dass ein mit Säuglingsnahrung ernährtes Kind unter diesen Bedingungen zwischen 6- und 25-mal häufiger an Durchfall und 4-mal häufiger an einer Lungenentzündung stirbt als ein gestilltes Kind. Haben Sie sich entschuldigt? Haben Sie diesen kolossalen Fehler eingesehen? Nein, nein. Wie ein deutscher Wirtschaftsphilosoph einst sagte, Krise kann auch geil sein. Oder dieses Video. Dieses Video. Dieses Video wird sehr, sehr hart. Ah, kritischer Treffer. Wirtschaftsphilosoph. Ich kriege hier schon wieder... Das wird schon wieder schwierig hier. Also schlugen sie daraus einfach Profit. Sie sagten erstmal, ja, ist lange her, ne? Jetzt haben wir da jetzt auch keine Beweise mehr dafür. Aber wenn ihr da jetzt schon meckert, kümmert euch doch mal besser um saubere Trinkwasserversorgung. Hier, übrigens, kauft unser Pure Life Wasser. Und manchmal kriegt die Bevölkerung sogar eine Wasserleitung gelegt, während sie ihre Brunnen trockenlegen. Aber gleich dazu. Es gab jedenfalls tausende von Todesfällen und die Formel wurde von den Medien sogar als Babykiller bezeichnet. Jetzt verschluck dich nicht gleich an deinem Nespresso. What else? Die WHO musste 1981 einen internationalen Kodex für die Vermarktung von Milchersatzprodukten einführen, um diese Praxis zu beenden. Aber ist Nestless Baby-Nahrung wenigstens jetzt gut? Nestless Produkte basieren nicht mal auf ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern sind vor allen Dingen auf Profit und Wachstum auf Kosten von Säuglingen ausgerichtet. Wohl bekommst! Alter Schwede! In welchem Jahr war das mit dem, äh, mit den Babys, äh, in welchem, in welchem Jahr war das mit dem, mit dem Milchpulver? Weiß das jemand, weil es gerade nicht gesagt wurde? Nestless ist der weltweit größte Mineralwasseranbieter. Und wenn man eine Firma gründen will, dann heißt es ja immer, hilft in den 70ern dabei, Probleme von Menschen zu lösen. Nun, Probleme, Menschen, was machen Menschen? Wenn Menschen kein Wasser trinken, dann sterben sie. Das ist ein Problem, könnte man sagen. Also ist Wasser verkaufen eine gute Idee. Aber eben nur, wenn die Leute kein Wasser haben. Das Geschäftsprinzip ist einfach. Man zapft das Grundwasser an, der Grundwasserspiegel sinkt für alle, die Brunnen fallen trocken, das Land trocknet aus und die Menschen drumherum verdorsten oder trinken dreckiges Oberflächenwasser. Oder sie kaufen dein Mineralwasser, das du aus ihrem Grundwasser entnommen hast. Real talk. Das ist deren Business. Das ist ja brillant. Das ist aber nicht nur deren Business. Auch Danone mit ihren ganzen Wassermarken und so, mhm. Wie etwa seit 2013 in Pakistan. Und das skaliert, je weiter der Grundwasserspiegel sinkt. Und da sage mal einer, Rüstungsunternehmen seien unethisch. Vorstandsvorsitzender Peter Brabeck-Letmate sagte, Es gibt zwei unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema oder Wasser. Die eine Meinung, die ich für extrem halte, wird von den NGOs vertreten, die darauf schwatzen, Wasser zu einem öffentlichen Recht zu erklären. Das bedeutet, dass sie als Mensch ein Recht auf Wasser haben sollten. Das ist eine extreme Lösung. Ich hab News für euch, ja. Wir bestehen zu 80% aus Wasser. Wasser ist kein DLC, um den vollen Funktionsumfang zu genießen, sondern der verdammte Strom, mit der die Konsole läuft. Aber es wird noch besser. Auf dem zweiten Weltwasser... Ich glaube, Wolfig ist Danone, oder? Wolfig ist nicht Nestle. ...Vorung. Im Jahr 2000 drängte Nestle darauf, den Zugang zu Trinkwasser von einem Recht zu einem Bedürfnis zu machen. Übrigens bereichert sich Nestle nicht nur am Grundwasser in dritte Weltländern. In Kalifornien entnimmt Nestle seit 1988 ohne Genehmigung Wasser aus dem San Bernardino National... Muss ich wieder lachen, Andi. Muss ich wieder lachen, diese Charity-Kampagne von Danone mit Wolfig. Die Wolfig-Charity-Kampagne. Ah, das war gut. Ah, das war einfach gut. Schnell Forest. Aufgrund der Dürre in Kalifornien sagt selbst Starbucks, dass sie ihre Ethos-Wasserabfüllanlage von Kalifornien nach Pennsylvania verlegen. Darauf angesprochen, ob nicht auch Nestle die Förderung von Wasser ein bisschen reduzieren wollen würde, sagt Nestle-CEO Tim Brown. Absolut nicht. In der Tat, wenn ich den Wasser-Apfelbetrieb erhöhen könnte, würde ich das tun. Und das Lustige ist, niemand weiß genau, wie viel Wasser sie überhaupt ziehen. Eine unabhängige Analyse beziffert ihren gesamten Wasserverbrauch dort auf eine Milliarde Galonnen pro Jahr. Machen wir mal ein kleines Ratespiel. Was denkt ihr, was es Nestle kostet, eine Million Galonnen Wasser aus dem Boden zu ziehen? Falsch. Egal, was ihr gesagt habt. Es sind genau 524 Dollar im Jahr. Richtig gehört. Ja? Ja, ja, ja. Nestle druckt halt Geld. Umsonst. Und dafür müssen sie nur Kalifornien weiter mit austrocknen. In Michigan bezahlten sie für 500 Millionen Liter Wasser gerade einmal läppische 200 Dollar. Und der Verkaufserlös dieses Wasser war 100 Millionen Dollar. Und in Europa sieht das nicht anders aus. Macht euch da keine falschen Vorstellungen. Wenn ihr irgendwas für die Welt und euer Portemonnaie tun wollt, was wirklich kein Aufwand ist, trinkt Leitungswasser. In Deutschland ist das an den meisten Stellen fantastisch. Und selbst... Mh, tatsächlich, ja. Tatsächlich. Wenn es schrecklich wäre, die Hälfte des Wassers in Nestles Flaschen ist Leitungswasser. Plain and simple. Das ist irre, oder? Und ihr Idioten bezahlt Geld dafür. Das ist besser. Kurz mal euren Gesichtsausdruck kopiert, Chat. Als Drogen zu verkaufen. Übrigens bezieht Nestle illegal Wasser aus Brasilien für seine Marke Perriere. An der Wasserflaschenfertigung in China verdient Nestle gleich doppelt. Zum einen ist sie günstig. Man hält sich nicht an Umweltauflagen. Und weil das Wasser so verschmutzt ist, verkauft Nestle vor Ort nochmal mehr Flaschen. Weil die Leute müssen ja irgendwelches Wasser trinken. Aber ganz ehrlich, das muss man nochmal ein bisschen optimieren. Da ist bestimmt noch ein bisschen Marge rauszuholen. Das ist noch zu teuer. Da fehlen noch ein paar Kinder in der Wertschöpfungskette. Findet ihr nicht auch? 2010 kam durch die Dokumentation The Dark Side of Chocolate heraus, dass die Kakaobohnen von Kindern, die als Sklaven an die Elfenbeinküste verschleppt wurden, stammen und nicht von fleißigen Elfen, wie der Ortsname jetzt vermuten lassen würde. Nestle wusste das. Wenn schon Sklavenarbeit, dann aus Überzeugung. Aber laut Nestle wird ein Großteil der unbezahlten Kinderarbeit in der Schokoladenproduktion von Kindern geleistet, die auf den Farmen ihrer Eltern arbeiten. Okay, also sind nicht alle Kindersklaven, die in die Schuldknechtschaft verkauft wurden, sondern nur ein paar. Wow, toll Nestle. Das ist wie das KitKat hier. Werden die Sodastream-Flaschen eigentlich recycelt? Welche Sodastream? Du meinst die CO2, also die hier Kohlensäure-Dinger? Die werden auch immer wieder voll gemacht. Die Plastik-Dinger weiß ich nicht. Nur noch 70% düster. Es sind übrigens allein an der Elfenbeinküste 260.000 Kinder, die unter Umständen die gegen UN-Richtlinien verstoßen, auf den Plantagen am Arbeiten. Nestle ist nicht besonders gesund für Menschen. Also wenn ich das so höre, da bleiben mir direkt meine Schokokrispys im Hals stecken. Aber hier geht es jetzt gar nicht um sowas Langweiliges wie, dass sieben der 15 Frühstücks-Serealien mit den höchsten Gehalten an Zucker, Fett und Salz Nestle-Produkte sind. Weil, ich meine, wen überrascht das? Nein, eher was Persönliches. Was ganz Persönliches zwischen mir und Nestle, würde ich sagen. Nestle hätte beinahe meinen Designer getötet. Der Arzt Huhnfisch von Nestle, der mit Kolibakterien verseucht war und verbrachte, vor genau einem Jahr einen ganzen Monat auf der Intensivstation und hat vermutlich bleibende Schäden davon getragen. Was? Das war verdammt knapp. Nestle ist permanent wegen verseuchter Nahrungsmittel auf der Anklagebank. In Frankreich führte das letztes Jahr zur größten Kolibakterien-Epidemie des Landes. Excuse moi, mon frère? 75 Kinder erkrankten, zwei Kinder starben. Mehr als ein Dutzend hat schwere, langanhaltende gesundheitliche Komplikationen bekommen. Mitarbeiter aus dem entsprechenden Werk berichten in den Medien von katastrophalen sanitären Bedingungen in der Produktion. Die meisten Angestellten hätten sich nie die Hände gewaschen. An den Wänden der Produktionshalle hätte sich Schimmel gebildet. Und wenn sich Würmer auf den Abfertigungsbändern, auf denen die Pizzen transportiert werden, tummeln und der Lack am Metallgerüst absplittert, Essensreste, die Tage oder Wochen lang herumliegen, Zigaretten stummeln, den Auffangbecken der Soße befinden, dann könnte einem auffallen, dass da vielleicht irgendwas falsch läuft. Mensch, jetzt habt ihr euch nicht so. Ach, das ermöglicht uns den feinen Geschmack der Nestle-Pizza. Beim chinesischen Milchskandal 2008 wurden sechs Säuglinge getötet und 860 mit Nierenproblemen ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem Nestle-Produkte mit Melamin kontaminiert waren. Das ist eine Substanz, die Lebensmittel manchmal illegal zugesetzt wird, um ihren offensichtlichen Proteingehalt zu erhöhen. Und sechs von Nestles in China hergestellten Arten von Milchpulver enthielten Spuren von Melamin. China meldete über 300.000 Geschädigte. Alter. Die Folge war, dass zwei Menschen hingerichtet wurden und mehrere lebenslange Haftstrafen verhängt wurden. Aber da fragt man sich doch, wie kann bei einem so reichen und so erfahrenen Konzern eigentlich immer wieder sowas vorkommen? Die Antwort, meine Freunde, liefert weißes Pulver aus Kolumbien. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich mich so angezogen habe heute. Nein, guckt mich nicht so an. Guckt mich nicht so an. Im November 2002 wies die Polizei Nestle Kolumbien an, 200 Tonnen importiertes Milchpulver stillzulegen, weil es gar kein Kok war. Weil es gar kein Kokain enthält. Ich meine, fälschlicherweise nicht nur als eine andere lokale Marke, sondern auch mit einem anderen Produktionsdatum umetikettiert worden war. Und einen Monat später passierte das dann nochmal bei 120 Tonnen. Ups. Also sie verschiffen altes Milchpulver in Schwellenländer und tun da so, als wäre es frisch und lokal. Klar fällt das in Kolumbien auf, wenn jemand mit weißem Pulver Schabernack betreibt. Aber ihr habt es sicherlich erwartet. Scheiße, gerade eine Wagner im Ofen. Mach's gut, Bruder. Nicht nur der Umgang mit Nahrungsmitteln ist irgendwie dirty, sondern auch die Art, wie sie die Umwelt behandeln. Etwa 17% aller Tüten- und Flaschenreste im Meer stammen von Nestle-Produkten. Natürlich sind auch die Fabriken schon problematisch. Beispiel. Im Jahr 2020 entsorgte eine Nestle-Milchpulver-Fabrik Stay, Gorgonzola ist doch auch Schimmel. Was soll die Haarspalterei? Also. Wenn dein Käse schmackhaften weißen Schimmel hat, von mir aus, okay. Wenn sich da schwarzer, muffelig riesender Schimmel drauf bildet. Lauf, Digga. Lauf. Frankreich ihre biologischen Abfälle in den örtlichen Gewässern und tötete rund drei Tonnen Fische. Der findige Entrepreneur würde jetzt sagen, supi, gleich noch ein paar Fischbüchsen gefüllt. Das Unternehmen hat nichts unternommen und keine Fortschritte im umweltfreundlichen Sektor gemacht und sich überhaupt nicht mit dem von ihm erzeugten Abfall befasst. Ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ich glaube, wenn jemand mit einem guten Ruf sich eine Verfehlung leistet, hat er einen schlimmeren Ruf, als jemand, der permanent Schlimmes tut. Das ist übrigens eine Schlussfolgerung, die auf alles anzuwenden ist. Die auf alles anzuwenden ist. Wenn jemand wie Mario Barth die gleiche Maskenaffäre gehabt hätte, wie Finn Kliemann, dann hätte Mario Barth gesagt, hättest du mal richtig gekickt, war? Hättest du mal richtig gekickt, war? Hättest du wohl nicht richtig gekickt, war? Ja, und dann wäre alles weiter gewesen. Aber bei jemandem wie Finn Kliemann, verp*** ich, mach dich aus dem Sturm. Es macht schon einen Unterschied. Es macht schon einen Unterschied, wer das tut. Man gewöhnt sich an alles und denkt sich, ja gut, da haben jetzt wieder ein paar Kindersklaven in Afrika ihre Hände verloren als Bestrafung. So geht das halt zu bei Nestle, ne? Und ganz ehrlich, wir finden es doch geil. Wir finden es geil, uns Aluminiumkapseln von Espresso mit winzigen Kaffee-Resten zu kaufen. Das ist so weird. Die wir dann für einen einzigen Espresso... Also das ist richtig weird. Die einzigen Situationen, wo ich diese Dinger sehe, ist im Hotel. Und dann denke ich mir immer, das ist so weird. Das ist so weird. Was ist das? Was soll das? Was soll das? Ausquetschen und wegwerfen können. 2019 in Deutschland allein 13.500 Tonnen Aluminium und Plastikmüll durch 3,4 Milliarden Kaffeekapseln. Es ist teuer, es ist sch*** und schlecht für die Umwelt. Aber effizient. What else? Das gefällt den Deutschen. Man könnte das Konzept, ja, jetzt irgendwie generell hinterfragen und bei kleinen Fairtrade-Kaffeemarken einkaufen. Oder man fordert heimkompostierbare Kapseln auf Papierbasis. Ich meine, das klingt ja voll gut, oder? Voll öko und so. Die vermeintliche Abbaubarkeit mag zwar unter Laborbedingungen möglich sein, mit den Gegebenheiten in der Natur hat das aber nicht viel zu tun. Unter natürlichen Bedingungen könnte der Abbau Jahre dauern und Lebewesen gefährden. Es könnte zu noch mehr Plastikmüll in der Umwelt führen und von wirklich Umwelt... Oder, warte mal, sind das Seven-O-Wild-Aufnahmen hier gerade? ...freundlichen Mehrweglösungen ablenken. Ganz im Gegenteil könnte dadurch sogar die Kompostierung der anderen Stoffe stark verlangsamt werden. Viele Kompostanlagen sortieren die Biokapseln als Störstoffe mühsam heraus. Es ist krass, Leute. Es ist krass. Selbst Nestless Greenwashing ist schädlich für die Umwelt. Die ziehen aber auch voll durch. Alter Schwede, er geht auch richtig rein jetzt, ne? Dass Palmöl irgendwie Sch*** ist, das wissen wir ja so latent. Wo Ölpalmen auf Plantagen angebaut werden, kommt es häufig zur Rodung von Regenwald. Das ist so das größte Problem. In Indonesien gehen wegen Palmöl laut Greenpeace jeden Tag fast 20 Quadratkilometer Regenwald verloren. Nestle wollte bis 2020 nur noch verantwortungsvoll angebaute Ölpalmen nutzen. 2019 wurden aber immer noch mindestens 24.000 Hektar nur für Nestle abgeholzt. Das ist so viel wie einmal ganz Mecklenburg-Vorpommern oder, weil ihr es so gerne hört, fast zehnmal das Saarland. Also wenn man jetzt... Danke für diese nun mir besser vorstellbare Größeneinordnung. Beispielsweise in Südamerika jeden Monat. Sehr groß. Dankeschön. Dankeschön, Paul Rabelritter. Immer, wenn man in... Also zwei Dinge brauche ich, um die Größe richtig einzuschätzen. Gib mir es in Fußballfeldern oder gib es mir in... Wie groß ist das Saarland? Ein Saarland abholzen will. Da braucht man doch Land. Gut, dass die Zulieferer von Nestle Kleinbauern ermorden, um an ihr Land zu kommen. Ihr habt euch nicht verhört. Ermorden. Was? Allein der Zulieferer Dinor hat mindestens 40 Menschen auf dem Gewissen. Auf Sumatra in Indonesien vertreibt mindestens eine Zuliefererfirma die Bauern durch Bedrohung und indem sie einfach ihre Felder zerstören und ihnen damit die Lebensgrundlage stehlen. Also es ist Mord mit Extra-Steps. Bei einem großen Teil der Plantagenarbeiter in Malaysia etwa 840.000 Menschen handelt es sich um Einwanderer aus Indonesien ohne legalen Status. Dazu gehören geschätzte 50.000 bis 200.000 Kinder, die auch auf den Plantagen arbeiten. Und natürlich enthalten Nestle-Produkte auch Palmöl aus Naturschutzgebieten wie dem Läuser-Ökosystem, einem der artenreichsten der Welt und Rückzugsort der Orang-Utans. Aber ich meine, die kaufen auch alle keine Cini-Minis. Und nur fürs Protokoll, Nestle ist natürlich auch cool mit Diktatoren. Mit Robert Mugabe, damaliger Diktator für den Zimbabwe beispielsweise, hatten sie einen coolen Deal, jährlich eine Million Liter von der Farm seiner Frau Grace zu kaufen. Also die Farm war jetzt in dem Sinne nicht ihre Farm. Die gehörte mal jemandem anders, aber die haben die halt einfach enteignet. Ähm, wie das halt so geht unter Diktaturen. Grace hat seit 2002 mindestens sechs der wertvollsten Farm in Zimbabwe übernommen und ein Farm-Imperium aus illegal beschlagnahmten Farmen aufgebaut, was zu einem internationalen Boykott sowie EU- und US-Sanktionen führte. Ja, aber wenn man als Nestle jetzt da einkauft, ist, ja. Kapitel 8, alter. Was ist das denn hier? Bruder, halbe Tolkien-Roman. Tier-Versuche sind ja mittlerweile auch so ein bisschen kritisiert, möchte ich sagen. Und mittlerweile testen einige Hersteller ihre Produkte an menschlichen Zellen. Das ist möglich. Nestle Health nicht. Die verkaufen übrigens Botox und um das zu testen, spritzen sie es Mäusen in die Bauchhöhle. Und wenn die Hälfte der Mäuse stirbt, war die Dosis zu hoch. Wissen Sie? Oh Gott, tut mir leid. F***. Was? Ja. Übrigens auch bei Nestee wurden Tiere genutzt, um Verträglichkeit zu testen. Also auch Eistee kann Tierleid beinhalten. Und es gäbe noch viel mehr zu sagen. Preisabsprachen bei Schokolade in Kanada und den USA. Sie haben Produkte mit nicht genetisch verändert versehen, während sie doch genetisch veränderte Inhalte hatten. Nestle hat in St. Petersburg 300 Mitarbeiter eingesperrt, um sie dazu zu zwingen, eine einvernehmliche Kündigung zu unterschreiben. Sie haben die Nestle Health Science GmbH, die aber nicht dafür da ist, die Produkte gesünder zu machen. Nestle ist einfach der Beweis dafür, dass es mit der Cancel Culture doch noch nicht so schlimm ist, wie man glaubt. Denn die Firma existiert. Sondern zu verschleiern, wie ungesund sie sind, wie auch ZDF Besseresser festgestellt hat. Als Äthiopien 2002 an einer schweren Hungersnot litt, forderte Nestle 6 Millionen vom Staat. Und dabei handelte es sich um eine Rückforderung von in den 70er Jahren unter Idi Amin, Diktator, beschlagnahmten Vermögenswerten. Das ist für Nestle Peanuts, für einen Staat, in dem Hunderttausende zu verhungern drohen, nicht. Also vor allen Dingen keine Peanuts. Erst 40.000 empörte Briefe und ein öffentlicher Shitstorm haben dazu geführt, dass der Konzern eingelenkt hat. Weil sie vermutlich berechnet haben, dass es billiger ist, einfach darauf zu verzichten. Wobei sie haben auch nicht direkt darauf verzichtet, aber... Wer Nestle Produkte kauft, der unterstützt einen Konzern, der seit über einem halben Jahrhundert nachweislich eine unbekannte Anzahl von kleinen Kindern auf dem Gewissen hat. Für deren Produkte eine unbekannte Anzahl von Kleinbauern ermordet wurde, der unglaubliche Schäden an unserer Umwelt und der Tierwelt anrichtet, der Sklavenarbeit billigt, dessen Produkte offensichtlich so schlecht sind, dass sie immer wieder Menschenleben kosten, der Greenwashing betreibt, weiterhin Tiere foltert und tötet und, und, und. Und vor allen Dingen immer weitermacht. Weil die Absatzzahlen nach wie vor passen. Diese Firma ist bösartig und amoralisch bis ins Mark. Wieso ist uns das allen so egal? Ich kann das nicht fassen. Aber das stimmt alles gar nicht. Reingelegt! Und warum? Das erfahrt ihr im zweiten Teil. Wenn Palmöl fair und nachhaltig angebaut wird, kann es sogar gut sein für die Umwelt. Ach so. Aha. Ich habe den ersten und den zweiten Teil des Videos getrennt, damit der erste Teil, also die ganzen Fakten über Nestle, nicht dadurch verschwinden, dass Nestle den zweiten Teil einfach wegblockt. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in zwei Tagen. Oh mein Gott, what the f*** hat der vor? Warte mal, das ist heute. Das schmeckt ein Y-Food-Placement ganz anders. Naja gut, man muss ja sagen, Y-Food gehört ja nicht Nestle. Noch nicht. Aber Ankerkraut Ankerkraut allerdings schon. Ist das nicht relativ leicht, Nestle nicht zu kaufen? Das meiste ist doch mit Ness im Namen und Wasser. Das stimmt nicht. Nestle hat sehr viele Unterfirmen. Also so einfach ist das leider nicht. Und man muss auch sagen, es ist auch nicht nur Nestle das Problem. Warte mal, Nestle, Firmen. So, das Bild, was ihr gesehen habt, ist das hier. Und wie ihr sicherlich erkennen könnt, ist nicht alles mit Ness-Café oder sowas da vorne Teil von Nestle, sondern auch Unterkategorien und Zwischengruppierungen, so dass du ab gewissen Sachen nicht mehr wirklich erkennen kannst. Ich versuche mal, das Bild in Hochauflösender zu besorgen. So, also, Nestle. Äh, Vitell gehört dazu. Ähm, diese ganzen Wassersachen. KitKat gehört dazu. Alles so, was an Süßigkeiten hier drunter passiert, auch viel im amerikanischen Raum. Die haben natürlich auch Unterkategorien. Das ist nur der, das ist nur der übergeordnete Kram. Alles von L'Oreal, alles, was Wonka mitmacht, Ralf-Loreen, Diesel, ne Mövenpick hier, diese ganzen Eissachen, ein Douglas hat irgendwie was mit rein, Maggi ist mit drin, das weiß ich, steht hier glaube ich nicht drauf. Aber das ist nicht, also das ist schlimm, das ist schlimm, das ist halt, das ist halt richtig Besch***ten, ja, die machen auch viel Tierfuttersachen und so. Aber jetzt wird's interessant. Jetzt guckt euch mal Nestle an und ihr sagt, okay, vielleicht kann ich Nestle vermeiden. Aber now f***ing go to Procter & Gamble, Alter. Jetzt wird's lustig. Procter & Gamble. Versucht Procter & Gamble mal zu vermeiden. Jetzt gerne Procter & Gamble mal vermeiden. Oh, Procter & Gamble? Hm. Wieso sollte man? Gleich, mach gleicher Sch***. Procter & Gamble kannst du das gleiche vorwerfen wie Nestle auch. Mit einer anderen Spezialisierung, aber kannst du schon machen. Kannst du dasselbe vorwerfen. Oder, und das ist mein persönlicher Favorit, Unilever. Alles was so Magnum ist, Ben & Jerry's. Hm. Da wird's schwierig. Axt. Tja, und das sind so die, also das sind die, also das sind definitiv die unvermeidbaren, eine von diesen ist unvermeidbar für irgendjemanden. Theoretisch musst du im Supermarkt stehen und wenn du wirklich, wirklich durch den Konsum etwas verändern musst, musst du all die Subunternehmen und die ganzen Sachen vermeiden und das ist so gut. Also das, ich glaube, es gibt ambitionierte Menschen, die sich im Rahmen ihres Konsums bewusst mit gewissen Dingen auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der das schafft. Also außer du bist dann wirklich zum großen Teil Selbstversorger und sowas. Aber das ist crazy. Ich weiß nicht, ob Eigenmarken von Discounter mit drin hängen. Ich glaube, dass das immer wieder Verzahnungen gibt von Marken, die man kauft, bei denen irgendwelche richtig abgef***ten Sachen da laufen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich meinte, Cancel Culture kann eigentlich nicht so schlimm sein, wenn wir solche riesigen Konglomerate von Firmen haben, die existieren und existieren dürfen. Das ist halt schwierig. Am Ende kannst du es, machst du es irgendwie immer falsch. Ich glaube, das ist das Fazit. Das Fazit von solchen Erkenntnissen ist bewusster Konsum, damit man selber damit klarkommt und das tut, was das eigene Gewissen vorgibt. Also anders kriegst du es nicht hin. Du kannst es nicht einfach verbieten, denn wenn es verboten wäre, wäre es ja irgendwie, ist das ein Verbrechen oder so? Anscheinend ist es kein Verbrechen, wenn die Gesellschaft das akzeptiert. Aber es ist halt, es ist halt, es ist halt schwierig. Man muss bei profitorientierten Firmen immer damit rechnen, dass der Profit über dem moralischen Kompass steht. Weit darüber. So wie leider bei PolitikerInnen eine Absicherung in Form von politischen Kompensationszahlungen durch ihre Arbeit in der Politik immer über den Idealen steht. So steht halt bei Kapitalismus der Profit ganz allgemein über dem moralischen Verständnis. Und das Ganze wird noch schlimmer, wenn Subunternehmen von Subunternehmen von Subunternehmen von Subunternehmen Dinge machen, die dann nicht mehr nachvollziehbar sind. Muss jeder selber irgendwie gucken und damit klarkommen, weil das, das ist so riesig, das ist so omnipräsent, das Problem. Naja. Naja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.